Hey ho, let's play! Wir! Wir hängen ein bisschen ab und spielen weiter Mörs Edge. So, genug abgehangen, denn jetzt müssen wir auch mal weiter springen. Ups, das... meh. Naja. Helikopter hat mich entdeckt. Auf! Ich laufe, ich laufe, ich laufe ganz geradeaus. Wow. Ich weiß noch nicht mehr die Steuerung, verdammt. Äh. Ich weiß, das ist nicht mehr alles. Aua. Ich bin fast tot. Oh, ein Koffer. Lauf, Fave, lauf. Und da rein. Okay. Jetzt läuft es. Intergier. Gut. Drehen und... Hoch. Oh, schon wieder gediecht in diesem Let's Play. Hoffentlich schneide ich es wieder raus. Oh, ich denke, das werde ich machen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Zwei Mal hintereinander niesen ist echt ätzend. Sie haben dich eingekleppelt. Du musst die Kanalisation erreichen. Okay. Wow. Okay. Wow. Habe ich es jetzt geschafft? Äh, offenbar nicht. Okay. Nochmal. Und, hopps. So. Gut. Okay. Okay. So geht es auch nicht. Hä. Äh. Aber ich bin schon mal hier auf dem richtigen Weg. Ah, ich muss da noch. Okay. Wow. Ist ja gut. Gut. So. Und... Der Vogel steht ab. Sieht außerhalb der Luft rein. Jetzt schwing dich in die Kanäle. Okay. Jetzt haben wir zumindest unsere Ruhe wieder zurück. Und wir gehen einfach mal weiter. So. Ähm. Ein Moment. Hier ist ein Aufnahmestand. So. Zurück. Ich hoffe, ich habe alles so geschnitten, dass es auch passt. Boah ey. Meine Fresse. Oh, das war zu weit. Naja. Haha. Gut. Jetzt halte ich aber auch fest. Hui. Okay. Genug umgeblödelt. Wir müssen weiter. weiter. Dieser Weg sieht gut aus. Bam. So. Was passiert jetzt? Und wo muss ich hin? Hm. Ach. Da geht was zu. Muss ich da auf Zeit hingehen oder was? Auch mal schon. Okay. Oh. Haha. Voll daneben gesprungen. Egal nichts, was wir nicht hinbekommen. Und. Hopp. Ja. Gut. Das ging dann doch einfacher als gedacht. Okay. Gut. Ich stelle mich auf jeden Fall besser an als bei der ersten Aufnahme-Runde. Haha. Das finde ich gar nicht mal schlecht. So. Die Frage ist jetzt, wohin? Ah. Ich habe hier Karten für Kanalisation. Auf der anderen Seite soll dein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Okay, die Höhe macht mir jetzt gar nichts. Ähm. Ich muss mir da nur einen Weg zurecht finden. Okay, balancieren kann ich immer noch nicht so gut. Los weiter. Glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Was? Hier kommen noch Kops. Oh Mann. Alter. Wir haben wohl die Ahnung, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne scharfschützen postiert. Ja. Hallo. Jetzt bin ich auch noch unter Druck hier beim Balancieren. So das. Blödes. Eieiei. Okay. Okay, Faith. Nein, nein, nein. Los, 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 los. Au. Au, au, au. Und daneben. Aaaaah. Haha. Verdammt. Aber wir dürfen wieder von hier starten. Das ist nett. So. Gut. Kann ich auch irgendwie zoomen? Egal. Weg damit. Ich benutze hier keine Waffe mehr. Und. Nein. Nein. Okay. Okay. Jetzt hier hoch. Uiuiui. Mal kurz orientieren. Okay. Moment. Wenn die von da sind, die scharfschützen wäre es doch sicherer. Wenn wir hier lang gehen. So. Einfach mal rüber. Und drüber. Und immer weiter drüber. Okay. Wir müssen da hinten hin. Wow. Okay. Und top. Und dann einfach. So. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann.